Kein Land hat so viel gelitten wie Afghanistan. In diesem Land wird der Sohn eines Tycoons entführt. Der Bruder des Entführten macht sich auf die Jagd. Und die Entführer werden zu den Gejagten. Der Jäger verliebt sich in eine Afghane. Es entflammt eine Hetzjagd. Die Lage spitzt sich zu. Kann er die Liebe seines Lebens und seinen Bruder nach Deutschland retten? Eine Geschichte voll Macht, Habgier, Liebe, Action und Spannung. Kommen Sie mit nach Afghanistan.